Der will mich verarschen! Wie soll ich das denn machen? Was muss ich überhaupt machen? Muss ich auf den schießen? Der will mich verarschen, Alter. Delta 3 infiltriert einige unter feindlicher Kontrolle stehende Bohrinseln vor der Küste der Isla Trueno. Das Team unterbricht die gegnerische Kommunikation, sichert die Bohrinseln und macht sich dann auf den Weg an die Küste, um Agent Rodriguez zu befreien. So, hier sind wir letztes Mal stehen geblieben. Okay, also hier sind wir letztes Mal stehen geblieben. Keine Ahnung, was ich hier jetzt gerade machen muss. Äh... Bleiben Sie wachsam! So wahr nicht! Ja, komm, wo? Hier! Hier Hunde! Äh... Habe ich noch was anderes? Okay. Hau ab! Oh, ich bin tot. Das ist voll schwer, Mann! Das ist glattgegangen. Liegt schon mal besser. Dr. Max. Bleiben Sie wachsam! Kann ich die Waffen aufsammeln? Ich kenne mich damit nicht aus, was besser. Ich hab... Nimmt einfach mal. Was ist das? Okay, gut. Das ist doch Tank. Warum explodieren die nicht? Nachladen. Das ist Tank. Explodiert irgendwie nicht. Das ist Tank. Los! Neutralisieren Sie sie! Jetzt! Wo? Verpiss dich! Der gehört zu mir und der... Ach, den muss ich töten. Ja, danke, dass ihr es nicht irgendwie gesagt habt. Ist es ein Gegner? Ist es mein Teammate? Ach, das ist... Das ist ein Gegner! Warum sagt es mir keiner? Aber endlich mal was anderes. Nicht immer nur irgendwie rumschießen mit Sniper. Ja, wo jetzt? Ja, wollt ihr mich vielleicht mal voraus? Also... Ich... Ich kann das nicht annehmen. Das ist viel zu nett von euch. Bewegung! Ihr Hunde stirbt! Oh, ich glaub, das war... Falsch, was ich gemacht hab. Ich darf nicht rumschreien. Okay, ich darf nicht rumschreien. Dann hören die mich nicht. Oh, ich fang hier wieder an. Los, los, los! Verwägung! Von wo? Von wo? Okay, chill. Von wo? Von wo? Äh... oh mein gott wie knapp war das wie knapp war das denn legt euch nicht mit dem boss an legt euch nicht mit dem bohr okay eigentlich war das nicht mal easy das war es ging gerade noch so erste hilfe ja und jetzt auch zu erfolgen ja wie heile ich mich hallo wie halte ich mich habe ich geschafft ja danke ich weiß alles klar verstanden hallo ihr könnt doch vom flugzeug aus schießen easy easy ja sorry das musste sein ich lasse hier keinen tank entwischen patronen für schrottwinde hier hat eine schrottwinde keine schrottwinde auch keine schrottwinde auch keine schrottwinde ich hebe mal die waffen hier einfach auf ich glaube das sind nicht dieselben ja herr wo geht es weiter ich glaube hier hoch ja wo geht es auch so da ja ich bin hier was wir jetzt machen also alle leute wo geht es jetzt hier weiter muss ich jetzt gar nicht mit kommunikation ist unterbrochen okay jetzt habe ich raus jetzt habe ich raus jetzt habe ich raus jetzt habe ich raus hauptsache ich sage erstmal ich habe es raus und stirb direkt danach ich stimme einfach direkt nachdem ich gesagt habe ich raus kommunikation ist unterbrochen die sind blind wie fledermäuse wir fahren wie geplant fort weiter jetzt lo Los! 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 Vendigo! Guarden! Disparen! Los! Hijo de la gran perra! 0 0 0 No... Das war ganz schön knapp, ich war ein bisschen leise, weil ich mich konzentrieren musste, aber wo geht es jetzt hier weiter? Ach da. Nein, ich werde nicht sterben. Komm. Ja hallo. Was ist das denn? Die Waffe sieht gut aus. Ich glaube ich kenne diese Waffe, aber ich weiß nicht wie die heißt. Ja die Waffe ist glaube ich jetzt meine neue Lieblingswaffe. Was ist einer? Ach das sind meine Teammates. Von wo? Down. Okay gut. Was ist das? Hier ist gar nichts. Ist hier irgendwas? Naja egal. Hier ist sowas. Ne doch nichts. Egal, einfach weiter. Äh, hallo? Mother Two, wir hatten Sichtkontakt mit einem zivilen Boot, das sich dem Hafen von Norden nähert. Die Waffe, die Waffe macht halt jeden One-Hit, aber kommt halt nicht zum Boot. Wir haben weitere Ziele. Ja! Hab ich mich erschrocken? Okay, den hab ich. Ich sehe doch einen. Ja komm, schießt. Okay, die Musik erklärt glaube ich, dass wir es geschafft haben. Mother Two, hier Delta Three. Der B ist sauber. Wir machen uns bereit zum Tauchen. Müssten das Ufer in etwa fünf Minuten erreichen. Da standen wir, Delta Three. Machen Sie weiter. Oh, wir haben es geschafft. Delta Three hat die Küste sicher erreicht. Ihr aktueller Auftrag lautet, das feindliche Lager zu stürmen, Rodriguez zu finden und sich in einem nahegelegenen Hafen mit Stingray zur Evakuierung zu treffen. Razer Six Four ist in Position und bereit, das Angriffsteam zu unterstützen. Nichts verstanden. Nichts verstanden. Nichts verstanden. Nichts verstanden. Scharfschütze runter. Mother Two, hier Delta Three. Wir stehen unter Beschutz am westlichen Rand des... Hallo, ich dachte, Scharfschütze war mein Job. Niemand kloppt mir den Job. Der ist erledigt. Aber eines der Ziele konnte entkommen und ist außerdem... Wir legen los. Danke, Razer Six Four. Was hat das denn gerade? Los, los! Äh... Los, los! Los! Los, los! Habt ihr meine... Oh mein Gott, wie viel Leben hatte ich denn bitte? Zwei... Dinger da! Hallo, ich sehe sie. Bist du tot? Ja okay, keine Ahnung was, wie das möglich ist, ob das überhaupt möglich ist. Stirbt! Nein, holen Sie! Wir sind hier! Wir sind hier! Wir sind hier! meine herze oder mein leben es war auf 1 ok warum läuft es jetzt auf einmal also ihr habt nichts gehört vorher wo habe ich gerade schiss da kann von irgendwo so ein fetzack hinspringen mit so einer schrotzente und mir richtig ins gesicht schießen hallo wollte ich vielleicht einfach so sterben jetzt habe ich den aber boah stirbt doch nachladen warum stirbt der nicht lol der ist tot ja ok also ich hab den doch voll getroffen ach da ja hallöchen hallo ich sehe den gar nicht wie kann der mich sehen und ich den nicht ach da ja jetzt habe ich den gesehen aber dann habt ihr direkt auf mich geschossen ach nachladen ey das ist nicht machbar ja ok ich sag nichts mehr boah wie lange dauert es denn bitte hä von wo jetzt ne komm jetzt jetzt habe ich den aber ja leg dich nicht mit dem boss an da darf ich bitte jetzt atmen wenigstens alter wie geht es denn hier ab vor allem wo sind meine ich gehe jetzt meine teammates nach ne wo seid ihr denn ach ich muss das alles allein machen ja ok ok aber jetzt treffe ich euch alle headshot weil jetzt bin ich etwas eingespielt ja mega headshot den habe ich doch voll getroffen man ja der ist doch tot wo ist der nächste ich sehe den gar nicht aber ich will nicht wissen wie viele kugeln der schon in sich hat es kommt ja wo sind und kommen denn alle jetzt irgendwie zu dumm um zu packen ja sorry habe ich nicht gesehen aber jetzt sehe ich und jetzt wirst du auch sterben ist die tot? ne ich habe keinen bock zu sterben ich bin so weit ey den habe ich doch voll getroffen ja einmal ducke ich mich nicht und direkt kommen alle ja komm ey wie soll ich das denn bitte machen ich sehe den gar nicht warte ok ja 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 auf einmal sind da wieder drei leute und wo? ok hallo hallo ach lol ich muss da rüber irgendwie ja weiter los 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 Komm! Komm, wo bist du? Das war doch voll getroffen! Ey, das war ja mega getroffen! Ist er tot? Ja, leg dich nicht mit dem Boss an, habe ich vorher gesagt. Der Schuss muss, der Schuss muss jetzt! Ja, guck mal, wo ich hier bin! Ja! 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 Immer wenn ich einen töte, dann sage ich ja! Nein! Nein! Ey, willst du mich verarschen? Ich habe mich voll geduckt! Ich habe mich so geduckt! Also... Ey, ne! Delta 3, der Seite dieses Scans zeigt, dass Sie Ihr Ziel schneller erreichen, wenn Sie einer kleinen Schlucht folgen, die durch die Berge führt! Nehmen Sie diesen Weg! Bestätigt! Sind unterwegs! Ja, komm, ich stirb doch eh wieder! Esmeralda! Nein! Wie komme ich jetzt auf den Namen? Ja! Nein! Das ist unmöglich! Delta 3, der Satelliten-Scan zeigt, dass Sie Ihr Ziel schneller erreichen, wenn Sie einer kleinen Schlucht folgen, die durch die Berge führt! Nehmen Sie diesen Weg! Bestätigt! Wie soll das denn gehen? Von alle Seiten! Vor allem der da oben, den sehe ich nicht mal! Delta 3, der Satelliten-Scan zeigt, dass Sie Ihr Ziel schneller erreichen, wenn Sie einer kleinen Schlucht folgen, die durch die Berge führt! Nehmen Sie diesen Weg! Bestätigt! Sind unterwegs! Hallo? Ich mache einfach mal einen kleinen Cut, bis ich ein bisschen weiter vorne bin, sonst dauert es ja ewig! Ja, okay, ich mache einen kleinen Cut, bis ich vorne bin! Okay, ich bin ganz schön weit vorne, aber ich will weiter vorne, ich will noch weiter vorne sein, damit ich es schaffen kann! Damit ich alle mit meine, mit meine, mit meine Maschine Gewehre töten kann! Bitte nicht! Bitte nicht! Du bist so ein kleiner Bastard! Ich war so weit! Boah! Ich habe so lange dafür gebraucht! Och, wa... Ja... Ja, man! Okay, ich bin jetzt mal wieder hier. Also, ich bin einfach ein bisschen weiter vorne und habe ein paar Leute getötet. Ich glaube, hier ist niemand mehr. Komm! Wo muss ich jetzt hin? Renn! Renn um dein scheiß Leben! Wiese, fix, vorkommen. Auf südlicher Richtung kommt gegnerische Verstärkung! Halten sie die Augen offen! Überlassen sie sie mir! Ich müsste sie aufhalten können, bis Delta 3 das Ziel erreicht hat! Alles sauber! Gehen Sie weiter! Ja! Jetzt kann ich wieder Sniper schießen! Überladen sie sie auf den Hinterhalt! Verstanden! Wo gibt's Gegner? Nein Muss ich die jetzt töten? Ich kann nichts sehen Ich töte einfach den Fahrer wenn er überhaupt reinkommt, bevor er reinkommt Wenn er, wenn er, wenn er, wenn er vor seiner Haustür steht Nein Was? Ich treffe den doch voll Ich will jetzt einen Headshot Ich will einen Headshot Ich check das einfach gar nicht Das ist nicht machbar Erledigen Sie sie auf dem Hinterhalt Verstanden Hinter dem Auto Wie treffen die mich? Hallo? Ja wo sind die überhaupt die Gegner? Das war doch voll Headshot Von wo? Von wo? Von wo? Von wo? Ist da oben vielleicht jemand? Da ist niemand Habe ich am Anfang auf Mittel gemacht oder habe ich mich aufs Versehen vertippt und auf schwer gemacht? Ja Halt's im Maul einfach Ja was? Ich treffe ihn 10 Millionen Mal Erledigen Sie sie auf dem Hinterhalt Och mann ich habe keinen Ball Der rote Punkt ne wenn es den roten Punkt nicht geben würde ich hätte schon 10 Millionen Leute getötet Wenn du das in der Mitte zählen würdest Ich mache einfach einen kleinen Cut und wenn ich wieder ein bisschen weiter bin und sehe uns wir gleich wieder bis jetzt Boah der Headshot war nicht schlecht Boah der Headshot war nicht schlecht Boah der Headshot war nicht schlecht Hinter dem Auto Noch ein schöner Headshot aber ich habe keinen Bock mehr Habe ich es geschafft? Oh mein Gott ich habe es geschafft Oh mein Gott ich habe sage und schreibe Ich habe sage und schreibe eine Stunde wenn nicht länger für diese scheiß Mission gebraucht Okay ich habe keinen Bock mehr auf das Spiel Boah ich habe keinen Bock mehr auf das Spiel Ich habe so lange für diese eine Mission gebraucht Oder hatte ich überhaupt eine ganze Mission keine Ahnung Ich glaube die ist noch nicht mal fertig Oh mein Gott was war das denn für eine scheiß Stelle ey Ab und zu habe ich mich sogar so aufgeregt dass ich meine Harte ab und zu gegen den Tisch gehaut habe Ich sehe ihn 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 Los los物 Na los Bahadium Was ist das? Mann, wann ist die Bisschen eigentlich zu Ende? Boah, egal, wer mir jetzt im Weg ist. Ich bin doch so geladen, weil ich so oft schon gestorben bin. Ja, komm. Ja, kommt, kommt doch. Kommt, wenn ihr euch traut. Ich muss da. Ja, komm, traut euch. Out to my teammate. Komm, traut euch nicht. Ich schwör, ich bin so aggressiv. Ich könnte euch die Waffe voll in die Nüsse schlagen. Out to my teammate. Abwarten. Los. Wir warten die Zielkersonen. Rücken zu Evakuierungspunkt 1. Ach ja. Habe ich jetzt geschafft. Bitte, bitte, bitte. Nein, nicht noch mal, Sniper. Schon unterwegs. Bitte nicht. Mother 2, ich habe Sichtkontakt mit dem Flüchtling. Er verlässt die Insel mit einem zivilen Boot. Ich lebe ihn unter Beschuss. Mother 2, ich habe Sichtkontakt mit dem Flüchtling. Er verlässt die Insel mit einem zivilen Boot. Ich lebe ihn unter Beschuss. Ja, was? 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 Was ist jetzt? Ich schickte es nicht. Ich schickte es nicht. Schon unterwegs. Mother 2, ich habe Sichtkontakt mit dem Flüchtling. Er verlässt die Insel mit einem zivilen Boot. Ich lebe ihn unter Beschuss. Ja, was? Ich habe mich voll in die Knöten getroffen. Kann er jetzt wenigstens keine Kinder mehr bekommen? Oder habe ich sie jetzt nichts bei ihnen kaputt gemacht? Hat er denn überhaupt welche? Kommt. Ja, butt, 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 butt. Ja, kommt. Wollen wir das jetzt machen? Ja, Spawn Trap nennt man sowas. Nein, warum landest du jetzt noch? Der will mich verarschen. Wie soll ich das denn machen? Was muss ich überhaupt machen? Muss ich auf den schießen? Der will mich verarschen, Alter. Schon unterwegs. Mother 2, ich habe Sichtkontakt mit dem Flüchtling. Er verlässt die Insel mit einem zivilen Boot. Last try. Diesmal geht es zurück. Ich habe ihn voll in seine Fresse getroffen. Da kannst du mir nichts erzählen. Dies ist un... Es ist möglich, ja? Es ist möglich, aber... Er macht Salto. Wir haben den schweren Beschuss. Wir brauchen Unterstützung. Wir tun, was wir können, Razors, nichts vor. Aber beeilen Sie sich. Unsere Gegner bekommen Verstärkung. Fue, dematralo! Wir brauchen die Insel. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe keine Zeit, wenn du mein Fuß hast. Mache mich auf den Weg zur Evakuierung, Punkt 1. Endlich geschafft, oh mein Gott, ich habe nicht gewusst, wie es weiter ging. Benötigte Zeit, 1 Stunde, 11 Minuten, 4 Sekunden, ja ist ja nicht viel, nur so ein bisschen. Low12Headshots, ja okay, ich würde sagen, das war es auch für diese Folge, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung, gleich findet mich über einen Kommentar, aber sowieso und ja, viel zu sagen gibt es nicht mehr. Ciao. Ja, okay, keine Ahnung, wie das möglich ist, ob das überhaupt möglich ist, ob das überhaupt möglich ist, ob das überhaupt möglich ist, ich check das einfach gar nicht, das ist nicht machbar, nicht machbar, nicht machbar, nicht machbar, nicht machbar. Ich mache mich auch pas keinen. Wie ich mache sleeping nicht machbar, nicht machbar, nicht machbar, nicht machbar, die ich mache euch новых, malen, ich machbar. Super nt! Jشan.